Hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal. Hier soll es um Beauty, Fashion und Lifestyle gehen und alles, was mir sonst noch so einfällt. Es soll um alles gehen, was mir so Spaß macht und was ich gern mit euch teilen möchte. Und ja, ich hab mir gedacht, bevor ich einfach mit irgendeinem Video anfange, sollte ich so eine Art Vorstellungsvideo drehen, damit ihr erstens wisst, wer ich so bin und zweitens ihr wisst, was ich so machen will. Also, um mich kurz vorzustellen, ich bin Sophie, ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus Wien. Warum ich jetzt plötzlich draufkomme, YouTube-Videos zu drehen? Ich hab Spaß dran, mir andere Leute anzusehen und ich hab mir einfach gedacht, hey, du kannst aber auch und wahrscheinlich wird dir auch Spaß machen. Und ich dachte mir einfach, ich probier's mal. Und bisher macht es mir auch ziemlich Spaß. Ich hab bereits gestern ein Video gedreht, eine Make-up-Routine und die wird dann die Tage jetzt auch online kommen. Ohne jetzt groß weiter rumzulabern. Viel Spaß! Wenn es euch gefallen hat, dann drückt einen Daumen nach oben oder kommentiert oder lasst mir auch gerne ein Abo da. Tschüss! 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 Vielen Dank.